Meine lieben Freunde, die Weihnachtszeit ist angebrochen und mit diesem Video wünsche ich euch natürlich auch allen eine frohe Weihnacht und frohe Festtage. Und ganz besonders die Feiertage werden sensationell. Das kann ich euch nämlich sagen, denn auch wenn ich an Heiligabend natürlich nicht streame, so wird es über die Feiertage etwas ganz Besonderes geben. Zum einen wird es am ersten Weihnachtsfeiertag die Wundertausch-Challenge in Pokémon Schwert geben. Wir haben die Aufgabe, 8 Stunden lang Pokémon zu tauschen und dabei ein Shiny zu bekommen. Wir haben es ja so nicht bekommen über Eier, da haben wir 1300 Stück geöffnet. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, über einen Wundertausch ein Shiny zu kriegen? Diese Challenge mit guter Partymusik oder Weihnachtsmusik oder was auch immer für Musik werden wir zusammen gemeinsam am ersten Weihnachtsfeiertag erleben. Wann genau es losgeht, kann ich euch sogar noch gar nicht sagen, aber ich gehe mal vom späten Nachmittag aus. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt dann der nächste Knaller. Denn das Comeback nach zwei Jahren, nach einer überragenden Session in den Weihnachtstagen im Jahr 2017, kehren wir nun zurück. Pokémon Puzzle League. Die Sensation vor zwei Jahren mit vor allem Onyx und Konsorten wird episch werden, denn diesmal gehen wir das Ganze sogar mit Achievements an. Also der erste und zweite Weihnachtsfeiertag ist mit großartigem Content für euch vollgestopft. Beide Streams, wie gesagt, so circa später Nachmittag jeweils. Und ich freue mich auf eine ganz großartige Zeit und euch jetzt erstmal eine schöne Bescherung und eine tolle Zeit mit euren Familien.